Ich wollte aber nicht. Und dann? Schön, der hat mich festgehalten. Echt? Das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch, meinst du? Ja, ja, schon. Aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja noch schon. Ist die Frau schon tot? Lebst du noch? Hallo? Lass mich raus! Lass mich raus! Kein Wort. Was ist denn hier los?